ja hallo liebe fußballfreunde willkommen auch wenn das fußball ecke ja heute habe ich eine neue fußball quiz challenge für euch und zwar heute zeige ich euch spiele aus der abwehr bzw torwart abwehr mittelfeld und sturm und ihr sollt für euch entscheiden welchen spieler ihr besser findet wenn ihr möchtet könnt ihr eure favoriten in die kommentare schreiben dann viel ich weiß Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020